Mann, Odi! Wir sind im Gefängnis gelandet! Wie das denn? Weiß ich nicht. Leute, Odi und ich sind in Berries Gefängnis gelandet. Aber wir werden hier nicht lange bleiben, Odi. Hast recht, Braxie! Aber wie kommen wir hier raus? Hier sind Stangen! Schau mal, wie der pupst! Ihhh! Och, Mann, Braxie! Das ist der Barry, der pupsen kann. Und wir müssen die Zeit nutzen, hier zu verschwinden. Und Leute, ihr müsst unbedingt das Video bis zum Schluss anschauen. Denn ihr müsst mitraten, wie wir rausgehen können. Denn alleine schaffen wir das nicht. Okay, Odi, schau mal. Dort oben ist ein Schacht. Siehst du den Schacht? Du hast recht, Braxie! Da oben ist echt ein Schacht! Aber wie kommen wir da... Wir kommen da nicht hoch. Hier, über das Bett, Odi! Wo denn? Komm aufs Bett, komm aufs Bett! Ich komm ja schon! Jetzt müssen wir nur noch warten, bis der sich einmal umdreht. Weil der gerade schreit... Ihhh! Der pupst schon wieder! Mann, Braxie! Das stinkt voll! Lass uns schlafen, Odi, oder? Okay! Oh, der Blödmann! Okay, er ist weg! Komm schnell hier hoch! Jetzt, jetzt, jetzt! Lauf, 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 lauf! Durch, durch, durch! Und aufmachen! Rein! Oh, Braxie hat mich gesehen! Hörst du den Alarm? Oh nein, oh nein, oh nein! Komm schon, aufmachen, aufmachen! Oh, okay! Der Alarm ist ausgegangen! Sehr gut, Odi! Was ist das denn hier? Wo sind wir Brax hier? Oh, schau mal nach unten! Das ist ein Schacht! Oh, denkst du, wir kommen hier lebend raus? Hey, da ist eine Pätze! Mann, du, du, du petst gar nichts! Er will auch abhauen! Ja, aber Leute, ich will auch abhauen! Los geht's! Okay, Odi, du musst vorsichtig sein! Komm, und sprung! Und sprung! Und sprung! Nein! Odi, komm! Das ist voll schwer! Ich warte auf dich, los! Ich bin da, ich bin da! Okay, jetzt hier hoch! Okay, Odi, hier ist ein Knopf! Den sollen wir anscheinend... Wir müssen nicht drücken, nicht drücken! Doch, da steht doch, wir müssen ihn drücken! Aber rote Knöpfe sind doch immer schlecht! Und was ist hier in der Tür? Nein, siehst du, der hat das aufgemacht! Schau mal! Du hast recht, Braxy, lauf! Oh nein! Geschafft, Braxy! Beeil dich, beheil dich! Ich schaffe das nicht, Odi! Warum schaffe ich das nicht? Oh, ich höre schon, Barry, beeil dich! Okay, und sprung! Sehr gut, sehr gut! Was ist das denn hier? Ein Schraubenschlüssel, Braxy! Und mach weg, das hier! Bam, bam! Okay, ganz ruhig! Wir sind draußen, Odi! Wir sind aus der Zelle, da ist Barry! Da ist Barry, aber wo sollen wir hin? Ich glaube, wir müssen... Schau mal, da oben, schau mal, da oben ist ein Pfeil! Der pupst schon wieder! Wir müssen an dem vorbei rennen, Braxy! Schau mal, da oben ist schon ein Gefangener! Okay, wenn er nach rechts läuft, ziehen wir durch, okay? Hattie! Und lauf! Odi, lauf, 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 lauf! Er hat uns gesehen, Odi! Oh, Braxy, lauf! Er ist genau hinter uns! Oh nein, ich traue mich nicht, mich umzudrehen! Und... Beheld dich, beheld dich, beheld dich, beheld dich! Oh Gott! Oh, ich bin runtergefallen! Oh, Braxy, er kommt, lauf! Ich lauf, ich lauf, ich lauf, ich lauf! Oh Gott! Oh, der kommt da, der kommt da! Du schaffst das, du schaffst das! Und an die Wand, hoch! Ha, du blöder Barry, du kriegst mich niemals! Ha! Du doofkopfdur! Oh, Pupsbacke! Komm, wir müssen hier weg! Pupsbacke, Pupsbacke! Braxy! Was denn? Komm, da oben ist nochmal so ein Ding! Ich glaube, wir müssen den Knopf drücken und wieder hier hochlaufen! Oh nein, noch mal einen Bricks hier! Hier, Odi, wir hätten den Knopf vorher drücken müssen! Okay, bist du bereit? Los, drück ihn! Hä? Los, lauf! Odi, hast du ihn gedrückt? Ich hab ihn gedrückt, hast du ihn gedrückt? Ich hab ihn auch gedrückt! Komm schon, komm schon! Lauf, 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 lauf! Nein, ich hab ihn nicht gedrückt, Odi, verdammte Axt! Wie, du hast ihn nicht gedrückt, Mann? Beheze ich! Drücken, 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 drücken! Ich hab ihn gedrückt, ich hab ihn gedrückt! Hilfe, Odi! Komm hoch! Ich geb doch schon alles! Der ist direkt hinter mir! Oh Gott, Freunde! Helft mir unbedingt! Und Sprung! Ha, du Blöd, Mann! Ich hab's geschafft, Brex hier! Ich hab's geschafft, Odi! So! Warte mal, Brex, ich schau mal in der Ecke dort hinten! In welcher Ecke? In der da hinten! Da ist eine Kamera! Wir werden aufgezeichnet! Oh, lauf schnell weg! Lauf schnell weg! Bei mir mit dir! Mann, du hast mich geschubst! Oh! Odi? Odi! Ich komm schon! Du hast mich runtergeschubst! Wir sind in der Männertoilette! Oh, bleibst du! Ich komm schon! Sei bloß leise! Okay! Ich schau, was es hier drin gibt, okay? Okay! Ich bin da! Ich bin da! Ich mach mal die Toiletten auf! Äh! Zu machen! Hier ist eine Schaufel, Odi! Hä? Du hast recht, Brex,ie! Wir müssen hier runter! Schaufel dich runter! Schaufel dich runter! Ich schaufel so schnell ich kann! Oh Gott! Hä? 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 Oh oh! Schau mal, Brex, hier ist eine Skipp in die Toilette! Eee! Und wir sind in dem Keller, glaube ich! In dem Lava-Keller! Und das scheint ein Parcours zu sein! Freunde, was meint ihr? Schaffen Odi und ich den Ausbruch? Und den Weg in die Freiheit? Dann lass jetzt ein Like da und ein Abo! Und schau das Video bis zum Schluss! Okay, Odi, komm! Und sprung! Und sprung! Los, los, los! So, dann müssen wir nur noch hier rüber! Oh, das wackelt, Odi! Pass auf! Oh, ich hör den Vulkan schon! Okay, irgendwas ist merkwürdig hier, Odi! Sprung! Sprung! Oh! Oh! Es brennt kaputt! Und vor dir auch! Und, oh! Das war richtig knapp, Odi! Komm schon! Echt knapp! Ah! Oh, sehr gut, Odi! Hä? Na? Das ist... Sieht nicht gut aus, Odi! Da will ich nicht rein! Das ist ein Skelett-Kopf! Aber wir... Das gibt keinen anderen Weg! Wir müssen da durch! Zurück können wir auch nicht! Odi, weil uns dort Barry gefangen nimmt! Und er pupst uns dann ins Gesicht! Oh, nein! Ich will nicht, dass er mir ins Gesicht pumpt! Ich auch nicht! Jetzt komm! Vorsicht, hier sind Stacheln! Ein... Ein großer Sprung! Und Sprung! Los! Ha! Und Sprung! Wir haben es beide geschafft! Und noch ein Sprung! Komm schon! Nochmal, 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 nochmal! Ah, nein! Ich bin nach hinten gelaufen, ich Dussel! Beeil dich! Wow! Briggsie! Verdammt! Odi? Da ist eine Monsterkugel! Warte auf mich! Äh, okay! Ganz kurz, Odi, warte! Leute, hier kommt die ganze Zeit eine Kugel! Wenn ihr wollt, dass Odi und ich das schaffen, müsst ihr unbedingt einen Like da lassen! Komm schon, Odi! Wir müssen warten, bis die Kugel kommt! Okay, okay! Und die Kugel kommt zur Seite, zur Seite! Vorsicht, Briggsie! Lauf, Odi, lauf, lauf, lauf! Hä? Hä? Aua, du bist zu früh gelaufen! Ich bin nicht zu früh gelaufen! Ah, doch! Jetzt, jetzt, jetzt! Jetzt! Komm schon, komm schon, komm schon! Oh, geschafft! Odi, lauf, 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 lauf! Oh! Nein, 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 nein! Die Kugel kommt! Komm, schnell, komm, schnell, komm, schnell, komm, schnell! Auaah! Odi? Ich komm schon! Okay, okay, ich lauf rüber, ich lauf rüber! Und? Ah, ich hab's geschafft, Odi, ich bin an der Leiter! Ich komme! Okay, ich warte auf dich, Odi! Komm schon, komm schon, komm schon, du bist der Beste! Wir haben's gleich! Freiheit, Freiheit! Die Kugel kommt! Ah, sehr gut! Machst du da, komm! Ich komm doch schon! Los, 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 los! Jetzt hier hoch! Hoch da! Und? Oh, da ist Barry, da ist Barry! Dann müssen wir also nach links! Warte mal, er darf uns nicht sehen! Komm schon, Brexy, der kommt grad! Versteck dich, versteck dich! Okay, der geht gerade dorthin! Sobald er an der Wand ist, laufen wir, okay, Odi? Okay, und dann müssen wir's aktivieren! Okay, warte... Er ist weg! Lauf! Lauf, Odi! Aktivier's, Rex, hier! Ich hab's aktiviert, ich hab's aktiviert! Hier ist der Tür! Hier ist der Tür aufgegangen! Wo, 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 wo? Hier drüben? Ja, du musst da hochklettern! Ich hab's geschafft! Ich hab's geschafft! Ha, du Blödmann! Gar nix! Schnell hier hoch, Odi, lauf! Bevor er Verstärkung holt! Was reicht Brexy hier? Wir sind oben, Freiheit! Aber hört das jetzt auf? Was ist das denn jetzt? Hä? Müssen wir das da... Wir müssen, glaub ich, hier drauf und da drauf drücken, Brexy! Okay! Dann drücken wir da drauf! Und jetzt... Los! Hä? Hei, hei! Hei, hei! Wir kommen frei! Hast du denkst, du wir schaffen das? Ja, klar, wir sind jetzt frei, oder? Hä? Ähm... Oh nein! Cafeteria, Sicherheitsraum! Lass uns hier verschwinden! Ah, nimm ne Cola mit! Nimm ne Cola mit! Ah! Du hattest recht! Ich brauch ne Cola! Wow! Ich bin super schnell! Das ist ne Speed Cola, Brexy! Hä? Oh, wow! Wow, du hast recht! Sprung! Sprung! Das ist ne Ultra Speed Cola! Komm schon, gib Gas! Ich bin gleich da, Odi! Wo bist du? Ach, ich seh dich! Sehr gut, Odi, lauf! Sprung hier! Ich hab's geschafft! Sehr gut, du bist mein bester Freund! Komm schon, du schaffst es auch! Wir müssen jetzt kommen! Sehr gut! Super! Du stinkst! Mann, du stinkst! Du hast gestunken! Wir müssen jetzt hier nach oben und ich glaub, wir sind gleich frei, Odi! Das ist bestimmt... Abstellraum! Oder? Äh, finde eine Leiter! Wir brauchen eine Leiter vom Abstellraum! Ich hab eine gefunden! Warte mal! Ich auch! Sehr gut! So! Jetzt komm mit! Und was müssen wir mit der machen? Ich glaub, wir müssen sie da hinstellen, damit wir hier hochkommen! Schau mal! Hier! Ausrecht, Brax, hier! Oh, dann müssen wir... Oh, dann müssen wir... Oh, dann müssen wir... Komm schon! Ich will da jetzt... Ich bin oben, Odi, komm! Ich warte hier auf dich! Ich komm schon! Ach, Mann! Du musst nur zweimal springen, dann macht er das automatisch! Sehr gut! Ich bin oben! Hey, was ist das denn jetzt hier? Hä? Das ist ein... Oh, Windkanal! Oh, Odi! Du musst gegenlaufen! Nicht springen, Odi! Doch, mit springen kommen wir weiter! Aber nicht an der Seite springen, Odi! Komm schon! So, hier ist eine Leiter! Sehr gut! Hoch, hoch, hoch! Okay! Wo sind wir jetzt hier? Oh, nicht schon wieder irgendwelche Röhre! Oh, nicht runtergucken, Braxy! Nicht runtergucken! Nein! Oh, verdammt! Odi, wir schaffen das niemals! Doch, komm schon! Okay! Müssen wir jetzt hier rauf? Hier und dann, Odi? Hier, glaube ich! So sicher? Hier hoch! Schau mal! Nimm das recht hier! Oh, das war richtig gut! Schließen Sie die Ventile! Wie machen wir das denn? Pass auf, hier links ist ein Ventil, Odi! Oh, ich sehe es! Und schließen! Da hinten ist noch eins! Dann müssen wir das andere Ventil auch schließen? Nein! Hä? Doch alle, oder, Braxy? Doch, stimmt! Hast du schon geschlossen? Ich habe schon geschlossen hinten! Ich muss aber auch nochmal schließen, oder? Ja, du musst das auch machen! Oh, geschlossen! Und dann muss ich da irgendwie runter! Und schließen! Komm hoch! Wir müssen hier weiter! Ich komme ja schon hoch! Warte! Ich glaube, ich habe jetzt alle geschlossen! Und nun, Odi? Hier, schau mal! Jetzt sind die Ventile geschlossen! Wir können hier durchlaufen! Okay, sehr gut! Oh, ganz entspannt! Ich glaube, wir haben es gleich geschafft! Wir sind endlich in Freiheit! Leute, wenn ihr mal gemeinsam mit mir und Odi... Oh, du hast mich geschubst, du Dussel! Hey Mann, das war nicht meine Schuld! Oh, ich hasse dich! Wenn ihr mal gemeinsam mit mir und Odi das Spiel spielen wollt oder aus dem Gefängnis ausbrechen möchtet, dann lasst jetzt ein Like und ein Abo da! Und schau das Video noch unbedingt bis zum Schluss, um herauszufinden, ob wir das auch wirklich geschafft haben! So, hoch, dann hier hoch! Okay, Odi, komm! Komm schon, wir müssen jetzt hier durch! Und fertig! Sehr gut! Ich rieche die Freiheit, Odi! Ich auch! Ich glaube, das Einzige, was wir auch haben, das war der Ventilator! Oh, Plexi! Sprung! Sprung! Du musst immer auf gelben springen! Ich weiß, ich weiß, ich weiß! Aua! Na, schön, wie du das weißt, du Dussel! Und sprung! Warte! Ich hab's geschafft! Die Leiter hoch, die Leiter hoch! Komm schon, Odi, ich warte oben auf dich! Ich komm schon, ich komm schon! Oh, Leute, das ist mit Abstand der schwierigste Gefängnisausbruch, den ich je erlebt hab! Hä? Ich bin da, ich bin da, Plexi! Komm! Hier ist ein Ventilator, der nach oben führt! Ich weiß nicht, was wir machen sollen! Freiheit! Freiheit! Nein, wir müssen nicht hier rein! Du hast recht! Aber wie kommen wir da rein? Einfach! Ich hab's! Sehr schön! Sehr schön, Odi! Und, und, da rein! Ja! Sehr gut! Und jetzt hier weiter! Oh! Hä? Und runter! Hä? Wir sind immer noch im Gefängnis! Aber warum, Dustin? Eigentlich hätten wir frei sein müssen! Oh, der kämpft gegen jemanden! Wer ist Dustin? Oh, das ist der Kochberry! Der Kochberry? Oh! Oh, er hat mich gesehen! Was müssen wir machen, Odi? Hinten ist eine Essensbazooka, die müssen wir uns holen! Er hat mich angespuckt! Oh, ist eine Essensbazooka, wo? Aua! Hier bei mir! Er hat mich auch angespuckt! Boom! Aua, aua, aua! Jetzt wirst du sehen, Barry! Nimm das! Und das! Oh Gott! Ich treff ihn, Odi! Ich auch! Ich auch! Ich auch! Äh! Iiii! Der hat mich angespuckt, der Blödmann! Mich auch! Mich auch! Aua! Aua! Der hat mir mit der Pfanne auf den Kopf gehauen! Aber ich hab ihn! Ich hab ihn, Odi! Ich hab ihn auch! Ah! Und nun? Müssen wir weiterlaufen! Da hinten! Schau mal! Hier hinten? Ah! Bist du sicher? Ich glaub hier, oder? Ja du, von hier kommen wir nicht! Freiheit! 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 Oh! Rutsche! Äh! 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 Nicht schon wieder, Odi! Mann, Braxy! Wann sind wir hier denn frei? Hier ist ne Treppe! Dann komm, lass uns hochgehen! Ich glaub, danach sind wir frei! Das glaub ich nicht! Wie lange müssen wir denn hier kämpfen? Ausstieg! Ausstieg! Aufmachen! Aufmachen! Und jetzt in die Freiheit! Laser Braxy! Oh nein, du darfst die Laserstrahlung nicht berühren, Odi! Komm schon, Braxy! Komm schon! Ich hab's geschafft gleich, Odi! Ich hab's geschafft! Für die Freiheit! Für die Freiheit! Nur noch ein Laser! Nur noch ein Laser! Und ich hab's geschafft! Oh mein Gott! Sehr gut! Ich komm, Braxy! Du schaffst das, Odi! Du schaffst das! Ich glaub an dich! Ja! Freiheit! Noch ein bisschen! Noch ein Laser! Ich hab's geschafft! Sehr gut! Und jetzt raus mit uns! Nie wieder ins Gefängnis müssen! Ist so! Verwende... Verwenden sie Metallklappen! Hä? Ah, hier ist doch der Ausgang, oder? Ja, aber wir müssen irgendwelche Metallklappen verwenden! Was heißt? Ah, hier! Ich hab's, Odi! Und ich muss hier einmal drücken! So! Hä? So, okay! Und runter mit mir! So, das ist super einfach, Odi! Wir sind gleich in Freiheit! Komm mit! Ah! Nein, nein! Meine ist runtergefallen! Meine auch! Oh, verdammt! Ich muss wieder zurück! Oh, Mann, ey! Hast du jetzt deine? So, ja! Haha! Okay! Jetzt muss ich mir meine hier auch noch holen! Und danach sind wir frei! Oh, Mann! Runtergefallen! Und wieder? Das ist voll schwer! Was machst du eigentlich? So, das hier! So, perfekt! Und noch einmal! So, und ich bin drüben, Odi! Oh, Mann! Wieder runtergefallen! Warum machst du das denn? Das ist voll schwer! Von Odi! Okay, Leute! Während Odi das Ganze probiert, schauen wir uns mal den Ausgang an! Äh, wir sind schon draußen! Ich glaube, ihr alle habt das Video geliked! Und wenn nicht, dann würde ich mich wirklich freuen, wenn ihr jetzt ein Video-Like da lässt! Und ein Abo, wenn ihr noch nicht abonniert habt! Und seht ihr diese kleine Glocke hier? Da müsst ihr unbedingt draufklicken! Egal, ob auf dem Handy oder auf dem PC! Wenn ihr da draufklickt, könnt ihr alle Benachrichtigungen erhalten, wenn ich ein Video erhalte! Ich bin da! Genau, Brex hier! Okay! Mit dem Boden, mit! Oh! Was ist das denn? Hä? Oh nein! Ein Robocop! Ein Gefängniskop! Oh! Schieß ihn ab! Ich schieß ihn schon ab! Ich schieß ihn schon ab! Er muss seine Arme abschießen, Brex hier! Seine Arme! Ich schieß auf seinen Armen! Ich schieß auf seinen Armen! Er kommt immer näher! Er kommt immer näher, Odi! Oh Gott! Ich hab schon fast einen kaputt! Ich glaub... Ich glaub, er hat's nicht! Er muss zerstoffen, Brex hier! Nein! Oh Mann! Du hast keine Chance gegen mich! Deine Hände werde ich zerstören! Komm schon, komm schon! Zerstör ihn! Ich zerstör ihn schon, aber... Es passiert nichts! Angriff! Oh Gott, 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 Odi! Was will der von mir? Sein Arf an! Wir müssen schießen, wenn er stehen bleibt, Odi! Okay, ein Arm ist gleich kaputt! Wie sieht's bei dir aus? Ja, ich seh's! Ein Arm ist kaputt! Los, los, los! Jetzt nur noch den zweiten Arm, dann haben wir ihn! Dann haben wir ihn, Brex hier! Komm schon, Attacke! Oh! Komm schon! Du wirst sterben dafür, dass du uns festgenommen hast! Ja! Los geht's! Ja, den zerstört! Da ist ein Bus, komm mit! Komm, 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 komm! Nein, nein! Komm, komm, komm! Und reingehen! Rein da! Halt dich fest, Odi! Abfahrt, Brex hier! Ich drück ja schon, oh, wie cool! Raus mit uns! Raus hier! Haha! Wie cool! Leute, checkt auf jeden Fall meinen besten Freund Odi ab! Der macht auch coole Videos und ist unten in der Videobeschreibung verlinkt! Und er schreibt sogar einen Kommentar unten! Von dort aus könnt ihr ihn auch besuchen! Oh, jetzt lauf, Odi, lauf! Hier lang! Hier in die Freiheit! Ist das die Freiheit? Oder ist das nur eine Falle? Das ist eine gute Frage, Brex hier! Abonniert alle Brexi! Brexi! Brexi, abonniert! Brexi, bitte! Brexi, abonniert! Brexi, bitte! Brexi, abonniert! Brexi, bitte! Denn er macht den besten Charakter! Brex, 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 Brex! Brex, Brex, Brex! Brexi, Brex, Brex, Brex! Brex, 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 Brex